Hallihallo, wir sind wieder zurück und zwar auch zurück aus der Höhle. Zusammen mit Trash sind wir etwas in die Höhle rein. Wir haben das Ganze jetzt nicht aufgenommen, denn die Höhle war nicht sonderlich actionreich. Wir sind einfach ein bisschen durchgelaufen. Es war eine tiefe Höhle, aber wir haben jetzt nichts Besonderes daraus gezogen. Bis auf ein paar, ich glaube vier, fünf Diamantenbröckchen hast du bekommen, oder? Äh, ja. Genau, wir haben einiges an Eisen rausziehen können. Redstone konnte ich knappe drei Stacks rausziehen, was echt gut ist, oder zweieinhalb. Da werden wir uns gleich mal ein paar Maschinen draus bauen. War sonst noch irgendwas, was du großartig rausgezogen hast? Zielohr von allem möglichen Kram. Teilweise Sachen, die ich noch nicht so wirklich gesehen habe. Ähm, ich habe jetzt alleine schon wieder zwei Sorten von Silber im Inventar. Genau, ja. Äh, ja, dann die erwähnten Diamanten. Ein paar Büsche haben wir rausgezogen. Genau, also wir konnten schon einiges Material natürlich rausziehen. Aber es war jetzt nichts, wo wir gesagt haben, was jetzt wirklich unbedingt die Aufnahme musste. Es war dann doch eher sowas, wo wir gesagt haben, okay, das würde die Leute jetzt nicht unbedingt vom Hockerhauen hier dabei zuzugucken, oder? Wie willst du das sehen? Boah, nicht wirklich. Aber Akanis ist gestorben. Äh, Akanis, also du dann. Ja, das stimmt. Einmal habe ich leider den Abgang gemacht. Und da war es ganz gut, dass die Folge nicht aufgenommen wurde, weil wir haben immer noch das Problem, dass wir durch den Graveyard-Mod, ähm, oder Gravestone-Mod. Vom Server fliegen. Genau, vom Server fliegen, sobald einer stirbt. Das müssen wir nochmal gucken, weil es da irgendwie Probleme gibt, ähm, Server- und Klientenseitig. Ansonsten packen wir doch gerade mal hier die Spitzhacke wieder rein. Wir packen uns gerade mal hier so zack, 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 zack. Ein bisschen Eisen. Wir müssen nämlich unser Material wieder aufsammeln oder auffüllen. Und dann machen wir die Pickaxe hier wieder ganz. Und dann würde ich da direkt nochmal Lack draufsetzen. Denn das hat uns einiges gebracht. Also durch das Abbauen von, ähm, einigen Dia-Blöcken haben wir deutlich mehr rausziehen können. Und das Redstone, was ich hier habe, denke ich auch, ist das Resultat aus dem Lack, den ich hier auf meiner Pickaxe habe. Es ist noch nicht allzu weit ausgebaut. Ich glaube, ich bin jetzt bei 52 von 450. Aber es ist doch immerhin etwas. Und als nächstes würde ich, äh, da wollte ich fragen, ob ich von dir einen Dia abhaben kann. Wollen wir gerade mal pennen gehen? Ja. Dann locken wir uns gerade mal hin. Dann würde ich nämlich einmal etwas Dia als Mod auf meinen Hammer drauffeuern. Da können wir nämlich dann einiges an Materialien mehr abbauen. Das Level ist nämlich momentan, glaube ich, so, dass ich mit meinem Hammer noch kein Dia abbauen kann. Äh, kein Obsidian abbauen kann. Und das würde ich doch gerne machen. So, einen Moment. Dann, na, den kriegen wir, den kriege ich. Super, danke. Bitte. Dann hauen wir den Kratten mal als Mod noch bei uns drauf. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viele Mod-Plätze wir genau frei haben. Aber der eine sollte auf jeden Fall noch drauf gehen. So, jetzt haben wir natürlich den Dia wieder hier drin. Der muss raus, der muss rein. Zack, zack. Und, ja, es funktioniert. Damit haben wir den nächsten Mod auf unserem Hammer drauf. Damit haben wir jetzt, ähm, Iron Hammer Reinforced 1, Auto Repair, Haste und De-Barrell... Boah, Durability. Durability. Und damit können wir jetzt, ähm, leider kriege ich nicht angezeigt, auf welchen, ähm, auf welcher Ebene wir uns befinden vom Abbau-Level. Aber wir müssten eigentlich damit auch Obsidian abbauen können. Und, was wir als nächstes machen könnten... Also, ich, momentan drücke ich mich noch so ein bisschen, hier mein Haus anzufangen. Wir haben ja hier hinten unsere kleine Stube, ähm, aus der wir unsere ganzen Sachen rausziehen. Von daher würde ich jetzt vielleicht sogar schon anfangen, nachdem wir so genug Redstone haben, mit der kleinen... Mit der, mit dem kleinen Wasserwerk, wo wir dann das Wasser raus... Oh, hast du das auch gerade reingesetzt? Nee. Wo wir mit dem Wasser das Strom erzeugen könnten. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil dafür haben wir ja auch im Endeffekt das Redstone mit angesammelt. Und dann machen wir den ersten Start in die technische Richtung. Hier, das nenne ich jetzt alles noch keine Technik. Und, ähm, wir fangen wenn dann richtig an. Wir brauchen direkt, bevor wir irgendwas anfangen, erstmal Strom. Das ist natürlich auch cool, wie man da anfängt. Wir könnten aber auch zuerst dafür sorgen, dass wir genug, ähm, genug Holz haben. Ich weiß nicht genau, wie man eine Holzfarm aufbaut. Aber ich glaube, dafür brauchen wir einen Harvester. Und der Harvester kann doch auch automatisch, ähm, Bäume pflanzen und, glaube ich, wieder entsprechend abharvesten. Da bin ich mir aber nicht so genau sicher. Also wir könnten einfach mal jetzt ausprobieren, irgendwo anzufangen. Ich mach grad mal die Bäume hier weg. Ähm, hast du eine... Nee, du hast keine Sense. Die hole ich mir von mir aus. Ja, aber ist doof. Ich habe unsere eigene, dann nehme ich mein eigenes Werkzeug. Alles klar. Und das haben wir nämlich hier hinten. Zack, wir könnten jetzt im Endeffekt die Sachen wieder ausrüsten. Wir sind jetzt nicht mehr unten in der Höhle drin. Von daher würde ich das gar kein Problem machen. So, die... Komm, die reparieren wir uns nochmal schnell. Ich hoffe, dass das auch mit diesen Materialien geht. Nein, es geht natürlich nicht. Okay. Es geht nur mit den Werkzeugen, die wir anscheinend wirklich aus der Forge rausgeholt haben. Die dann auch wieder mit Eisen zu reparieren. So, und dann haben wir letztes Mal, wie gesagt, hier hinten den, ähm, den Wasserturm. Den würde ich auch demnächst gerne mal fertigstellen. Aber dann fange ich jetzt zuerst einmal an mit... Obwohl, ich weiß nicht. Was soll ich als erstes anfangen? Ich bin da echt skeptisch. Ich finde das Haus eigentlich ganz cool. Wenn man so... Normalerweise ist ja auch so, dass man zuerst mal mit einem Haus anfängt, bevor man sich anfängt, irgendwie Wasserwerke zu bauen, etc. Wollen wir dann ganz klassisch anfangen, uns zuerst unser Haus bauen? Oder wollen wir außergewöhnlich anfangen, uns zuerst mal um den Strom kümmern? Also, ich würde ja sagen, dass ein Haus schon nicht ganz verkehrt ist. Ja, es ist so diese klassische Vorangehensweise, gell? Zuerst das Haus zu bauen, dann... Ja... Ich meine, du hast es ja vorhin auch selber mitbekommen, äh, als sich dann plötzlich die Skelette durch die, durch die unfertigen Wände angeschossen haben und, ähm... Ja, das stimmt. Es hat einen Grund, warum das die klassische Vorgehensweise ist, glaub ich. Bist du dir da ganz sicher? Du hast dir vorhin eine Schaffel gesetzt, oder? Eine bessere? Kann das sein? Ich wollte, aber ich wusste nicht, was ich draufpacken soll. Ja, aber du hast auch die Schaufel, oder? Ich hab die Schaufel. Okay, kann ich die haben? Also, ich kann mir auch selbst eine bauen, aber ich würde erst mal gerne wissen, ob sich das rentiert. Da ist ein Busch, kannst du den mal... Aufpicken? Dann habe ich einen? Ja, ich hab ihn. Ja, da. Super, top. Da, die Schaufel. Was hast du da drauf? Reinforced. Ah, okay, alles klar. Willst du ein bisschen Redstone draufhaben, dass du schneller bauen kannst? Abbauen kannst, obwohl es ist deine, kannst du entscheiden. Ähm, wie funktioniert die? Hatte ich auch dieses 3x3-Feld? Ja. Oh ja, okay, alles klar. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt immer von oben so ein bisschen abnehmen. So. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir hier mal eine gerade Ebene hin. So, okay, nicht so wie eben. Jetzt kann ich da nämlich wieder reparieren. Immer gerade abnehmen. Boah, ist das kompliziert, wenn man von oben abbauen muss. Okay, ist aber trotzdem deutlich schneller, logischerweise, als wenn wir jetzt hier mit einer Shuffle jeden einzelnen Block wegnehmen. Und dann, wenn wir das hier platt haben und eben haben, können wir hier eigentlich schon mal anfangen, das Grundgerüst unseres Hauses draufzustellen. Und ich bin momentan überlegen, was für ein Design, ich würde wahrscheinlich das Design machen, dass ich die untere Ebene in einem Cobblestone machen werde. Und dann oben drauf eben, ja, Holz, Holzstämme. Ne, Holzstämme nicht unbedingt. Wahrscheinlich dann doch eher geschüsseltes Holz. Ich glaube, das ist es, was ich draufsetzen werde. So, dann haben wir jetzt hier noch schon mal eine schöne Ebene. Oh, das funktioniert echt super mit dieser Schaufel, muss ich sagen. Ich glaube, so eine Pausche auch. Boah, das ist ja echt cool. Okay, damit haben wir hier unsere Ebene schon mal gesetzt. Haben wir auch ein paar Stacks Vollerde raus. Und dann brauchen wir Cobblestone. Cobblestone können wir auch schisseln. Und wenn wir uns das geschisselt haben, müssen wir mal gucken, welche Form uns da am ehesten zusagt. So, erstmal das ganze Dirt weg. Hier, Dirt, Dirt, Dirt. Noch ein Dirt. Ich habe den letzten Dirtblock, den kann ich irgendwie nie reinsetzen. Den habe ich immer noch mal in der Hand hängen, bevor ich den in den Drawer reinsetzen will. Das kommt alles weg. Das brauchen wir jetzt. Der Oak Sapling kommt auch weg. Der Apfel kommt weg. Aluminium, was wir die eben geklaut haben, kommt weg. Und dann nehmen wir jetzt hier mal genug Holz mit. Wie viele Stacks haben wir jetzt hier? Okay, wir haben vier Stacks ungefähr. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Also wir fangen hier. Ja, genau, weil hier ist der kleine See. Und dann wollten wir hier ungefähr anfangen. Hier unten haben wir ja dann noch... Ah, Cobblestone vergessen. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Füßen. Und dann fangen wir jetzt an. Wo ist er? Cobblestone. Da, Cobblestone. Cobblestone. Gib her. Ha. Ah, da habe ich natürlich genug Stacks dabei. Okay, alles klar. So, damit können wir uns erstmal ein Häuschen bauen, glaube ich. Ähm. Und danach müssen wir anfangen zu sch... Ah, wollen wir es direkt schizzeln? Wäre natürlich die Frage, ob wir es direkt schizzeln. Oder ob wir erstmal ein Grundgerüst bauen. Ich glaube, das untere Teil können wir erstmal... ...ohne zu schizzeln anfangen zu bauen. Indem wir jetzt hier... So, die beiden... Die schizzeln wir jetzt schon mal durch. Und dafür müssten wir jetzt wissen... Ich glaube, dafür gehen wir ganz klassisch... Das ist einfach das Detailed Cobblestone. Weil das schön robust ist, schön grob oder... Na komm, wir setzen einfach mal verschiedene Varianten rein. Das hier... Und... Hey! Lass das doch los! Na also. Und das hier. So. Und wir ziehen jetzt das Grundgerüst ungefähr hier lang, oder? Oh. Ich glaube, das passt. Wenn wir das hier hinsetzen... ...hätten dann den Eingang... ...den Eingang nach vorne auf jeden Fall... ...Richtung... ...Gewächshaus. Genau. Sodass wir schön drauf gucken können, wenn wir von hier rauskommen. So. Das sollte auch eine schöne Grundplatte sein. Die sollte groß genug sein. So. Und dann nehmen wir hier hinten noch... ...mit deiner Shovel, die du uns gegeben hast... ...noch ein bisschen Material weg. Ja, das sieht doch nice aus. Ich guck mir das gleich mal an. Oh, ich liebe deine Schaufel. Ich will die gar nicht mehr zurückgeben. Das ist jetzt meine Schaufel. Ey! Du hast die gemacht? Ich hab die gemacht. Ich hab die gemacht. Ich hab die gemacht. Ich hab die gemacht. Okay. Ich glaube, das passt. Wenn wir das so ein bisschen in den Berg reingehen lassen... ...da war eben noch ein bisschen Kupfer, glaube ich. Also man kommt mal dran vorbei. Und ansonsten... So. Ich brauche auf jeden Fall noch... ...die Möglichkeit, da zu reparieren, die Schaufel, weil... Ja, das kannst du ja an der Forge machen. ...keine Lust, dass mir die kaputt geht. Gut, dass du das sagst. Die ist schon ganz schön abgenutzt. So. Wolltest du die Schaufel haben? Mach die nicht kaputt. Mach die nicht kaputt. Ich hab sie abgenutzt. Du kannst sie wieder haben. Das nenne ich mal Arbeitsteilung. Ne, du kannst sie mir auch wiedergeben. Dann mach ich es selbst. Also. So. Dann setzen wir das hier hin. Wir brauchen natürlich große Fenster. Große Fensterfronten. Vier Stück. Dann hier nochmal vier. Bis hier hin. Und dann setzen wir das hier zu. Hier haben wir eh... Hier würden wir uns dann in den Hügel reinsetzen. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Dann machen wir hier noch ein großes Fenster hin. Und machen dann... Ah, das war zu viel des Guten. So. Die Pickaxes. Und setzen es hier ab. Was ich mir eigentlich noch überlegt habe, dass wir nochmal einen Stall hinsetzen könnten. Ferdinand ist zwar abgehauen. Aber trotzdem könnten wir den Stall nochmal hier hinsetzen. Für das nächste Pferd. Genau. Ferdinand 2. Ferdinand 2. Genau. So. Und das solltest... Wir machen das einfach... Wir nummerieren die einfach nur durch. Dafür bräuchten wir aber noch ein paar Tags, glaube ich. So. Sieht das was aus? Oder ist das... Ich glaube, das müssen wir schüsseln. Ich glaube, das müssen wir schüsseln, weil es von innen zu dunkel aussehen würde. Dass wir das von außen zwar von der Farbkombi her passen würde. Aber von innen nur mit Stein sieht es, glaube ich, dann schon wieder zu düster, zu dunkel aus. Wie sieht es aus bei dir? Hier ist es Nacht, wollen wir uns gerade wieder einmal Tag herbeizaubern. Jep. Gut. Und... Ja, das ist ein bisschen dunkel. Ich glaube, das ist von innen zu dunkel. Ich glaube, ein Raum, der hier von innen wirklich mit hellem Holz ausgelegt ist, würde besser passen. Dann können wir uns gerade mal ein paar Schüssel... Ein paar Carpenter Blocks... Ne, nicht Schüsseln, Carpenter Blocks bauen. Was red ich denn alles von Schüsseln? Wie ging das nochmal? Man brauchte irgendwie Sticks. Und dann... Weißt du noch, wie der war? Stopp, wir geben uns gerade mal ein Carpenter Block. Car? Ja, der Carpenter Block ist in der Mitte im Holzblock und acht Sticks drumherum. So rum war's. Okay, dann müssen wir deutlich mehr Sticks haben. So, 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 so. Dafür brauche ich ja auch die... Ah! Haben wir noch Sticks? Da haben wir noch Sticks. Zack. Habe ich noch welche? Ich habe noch welche. Zack. So, da haben wir doch jetzt erstmal genug. Wir haben jetzt hier... Genau, wir haben insgesamt jetzt drei. Ja, drei sollten erstmal lang. Dann nehmen wir doch gerade mal das weg, was wir eben schon hingesetzt haben. Ja, oder... Ich bin da momentan noch ein bisschen skeptisch bei dem, was ich baue, muss ich sagen. Weil ich noch nicht weiß, ob ich die komplette untere Ebene aus Stein setzen soll. Oder ob ich es gegebenenfalls so mache, dass ich nur... Also momentan habe ich drei hoch... Zwei hoch. Ich würde aber gerne drei hoch machen. Weil es dann einfach ein Abschluss ist, damit die Fenster nicht halb aus Holz sind und halb aus Stein sind. Deswegen würde ich das dann gerade unterteilen. Hm. Ansonsten... Wo noch eine Piston? Ist die Frage, was wir sonst hier hinsetzen. So. Dann könnten wir hier unten gegebenenfalls mit Carpenter arbeiten. Die Carpenter von außen... Da kann man ja einmal von außen das Außendesign geben und dann von innen nochmal... Das Holzfurnier sozusagen dranlegen. Und dann setzen wir den doch hier hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sind wir bis ans Ende gekommen. Und dann ziehen wir den hier genauso weiter. Und dann verkleiden wir alles einmal mit unseren schon geschüsselten Cobblestones. Ich glaube, das ist deutlich besser, genau. So. Und wenn wir das dann nämlich gemacht haben, dann schüsseln wir uns gleich nochmal das Holz durch. Und dann verkleiden wir das innen mit einem Holzfurnier. Du bist da vollkommen schmerzlos, oder? Du hast deine komplette Höhle eigentlich nur aus Dirt und unabgebautem Stone, oder? Oder wie sieht es bei dir aus? Also, es ist ja... Die Höhle ist ja nicht das, worauf es wirklich hinauslaufen soll. Also, ich werde mir noch ein Haus bauen, auf jeden Fall. Aber, ähm, die Höhle ist für mich jetzt erstmal so die, die Ecke, wo ich, ja, wo ich erstmal vor allen Dingen sicher bin. Und wo ich, ähm, wo ich dann vielleicht auch später noch, ähm, das, äh, ne, ne Mine reinziehe. Warum geht's mir? Puh, ich bin da echt momentan noch ein bisschen skeptisch. Wenn wir den hier hinziehen und dann machen wir hier wieder unser Fenster rein. Hier unser Fenster. Ob das dann vielleicht sogar besser aussieht, wenn wir es so machen. Bei mir kommt das immer darauf an, wie du schon sagtest, ähm, erstmal, erstmal muss ich sicher sein. Wenn ich eine sichere Zuflucht habe, dann kann ich mir immer noch ein Haus bauen und alles schön machen. Und, keine Ahnung, ähm, das ist mein Gedankengang dahinter. Hm, so wär's auch nicht schlecht. Ne, ich will's von Anfang an direkt vom Design her passend haben. Ja, klar. Kann ich auch, äh, kann ich auch gut verstehen. So, und dann setzen wir uns die Blöcke hier wieder ab. Ganz ehrlich, da können wir auch die, ähm, oberen, die unteren stehen lassen. Weil wenn wir eh nur die oberen wechseln, sollte das gar kein Problem sein. So, dann haben wir jetzt heute schon mal auf jeden Fall die Grund, die Grundzüge des Hauses jetzt gebaut. So, dann haben wir den Rest jetzt hier mit Carpenter Blocks 1, 2. Dann haben wir hier ein kleines, hm, wollen wir hier ein kleines Fenster haben? Ne, komm, wir machen es zu. Dann haben wir hier zwei, haben wir hier ein großes Fenster. Dann setzen wir das doch hier hin. Hier können wir direkt, oh, was ist das denn? Was haben wir denn hier jetzt komisches gebaut? Das soll weg. Genau, so. Und den Rest hier mit Carpenter Blocks. Und zwar bis hier hin. Oder? Ja, dann nehmen wir den hier wieder weg, die beiden. Dann machen wir hier wieder ein großes Fenster rein. Eine Unterbrechung, zwei Unterbrechungen. Und dann hier wieder ein großes Fenster. So, also designtechnisch bin ich eh nicht ganz vorne mit dabei. Man muss sich mit dem begnügen, was ich hier, was ich hier so fabriziere. Ähm, aber es sollte eigentlich auch nicht ganz hässlich aussehen. Also wenn, wenn ich irgendwo Hilfe brauche, dann werde ich wahrscheinlich dann Trash als Unterstützung her mit herbeiholen. Ähm, so, 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 so. Bin ich jetzt der Architekt, ja? Ja, du hast zumindest schon mal die Schmiede gemacht. Von daher weiß ich, dass es nicht vollkommen ins Auge gehen würde. Aber ich glaube, dass diese Kombi passt. Oh, stopp, hier. Ich habe ja auch noch ein paar Pläne, ähm, aber davon will ich noch gar nichts erzählen. So, ich bin ja schon froh, wenn wir uns... Oh, da ging der wieder daneben. Wenn wir hier einigermaßen, ähm, ein wohnliches, ansehnliches Haus haben. Diese ganzen Techniken, die da noch hinten dran stehen, mit dem, was zum Beispiel Gronkh hat, ähm, der hat so ein komisches Eingangstor, was er so groß hoch und runter fahren lassen kann. Hast du das schon gesehen? Ja. Das hatte ich doch auch. In der anderen Mühle. Das habe ich noch überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Okay. Ja, das passt doch, oder? Wenn wir da jetzt... Was setzen wir jetzt drauf? Jetzt setzen wir ein normales... Nicht normal... Setzen wir ein normales Holz drauf? Also von außen haben wir jetzt zwei hoch. Und jetzt würde ich anfangen... Mit... Ist echt schwer momentan. Ob ich jetzt nochmal zwei Layer drauflegen soll, mit Stein, sodass die komplette untere Ebene vielleicht mit Stein verkleidet ist. Ich glaube, das würde funktionieren. Wenn wir den jetzt so, 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 so. So, den einen brauchen wir jetzt noch. Ich hasse es, wenn es länger dauert, wenn es irgendwie so leicht laggt und man dann direkt schon ein Layer drauf setzt. So, so. So, ich soll jetzt erstmal gucken, wie ich meine Schaufel repariert bekomme. Wo mache ich das? Und von außen sieht es dann so aus. Und dann hätte man einen zweiten... Und die zweite Ebene würde ich dann aber komplett... Hep. Hep. Nein. Nein. Was? Ah, wie mache ich das denn jetzt? Ähm, wenn ich... Hä? Wenn ich mir einen Carpenter-Block gesetzt habe. Nein, das macht er da überall... Oh mein Gott. Da darf man ja nie mehr irgendwie mit einem Stein in die Nähe kommen. Dann setzt er den direkt seitlich drauf. Ich will jetzt auf einen Carpenter wieder einen normalen Block draufsetzen, aber dann macht er den ja als Beschlag. Muss ich dann alles, was ich auf einem Carpenter-Block aufbaue, immerhin als Carpenter-Block weiterbauen? Ähm, jein. Also. Äh. Was ist jetzt genau das Problem? Ähm, ich habe jetzt nur gerade überlegt, wenn ich jetzt... Also das sind ja alles Carpenter-Blocks. Wenn ich jetzt wieder einen normalen Block draufsetzen möchte, dann setzt er ihn mir ja nicht als Block, sondern dann macht er eben wieder design-technisch als Carpenter drauf. Du meinst dann, dass er es einfach auf diesen Carpenter noch draufsetzt? Du setzt, du setzt, äh, wenn du einen Carpenter-Block, ähm, mit, mit einem Design versehen hast schon. Also hier zum Beispiel. Sagen wir mal, hier möchtest du gerne, ähm, was... Äh, hier möchtest du... Äh, wieso hast du hier ein Holz an Holz verbunden? Ich dachte, du wolltest so ein Fenster hinhaben. Hä? Wie? Ne, ich hab doch hier jetzt. Hier ist das jetzt mein Fenster. So, von außen hat man jetzt... Ja, richtig, aber hier hast du noch, äh, hier hast du noch Holz an der Seite. Ja, das ist ja auch richtig so. Das funktioniert aber nicht, wenn du da ein Fenster reinbaust. Nicht? Dann fliegt dir das Holz wieder um die Ohren. Okay, ja, mein Gott, dann ist es halt nicht mehr da. Das ist dann, äh, die Schmerzen, die ich eingehen muss für mein Haus. Die Design-Schmerzen. Ähm, wenn du jetzt einen Carpenter-Block hast... Ja. Und du möchtest einen normalen Block daneben setzen, willst du auf den Carpenter-Block. Dann setzt er dir ja erst mal, äh, das Design drauf. Genau, das hab ich ja gesagt. Genau. Hier zum Beispiel. Ähm, wenn du dann nochmal einen Block da dran setzt... Ja. ...dann macht er dir diese, diese Plate daneben. Ja, genau. Wenn du dann nochmal einen da hinsetzt, dann setzt er den Block daneben. Tauscht dann die Plate aus? Also, genau. Ah, okay. Dann fliegt die Plate weg und stattdessen, ähm, steht dann der Block daneben. Ah, okay. Das ist genau das gleiche wie, ähm, mit dem letzten Haus, wo du die, äh, die Ofen, ähm, an die, an die Decke gezimmert hast. Ähm, und daraufhin die Decke weggeflogen ist. Okay. Immer und immer wieder. Okay, dann machen wir aber... Ja, hab ich nicht so... Komm, ich mach's einfach mal so weiter. Nein, jetzt hab ich so falsch... Ach, das hier muss drauf. Das hier ist Stein. Das wird von innen verkleidet. So, und die müssen wir jetzt wieder komplett abziehen, weil ich so schlau war und hab die komplett mit Holz verkleidet. Aber die müssen ja Stein werden. So. Alles klar. So. So, und damit haben wir hier jetzt unsere erste Ebene eigentlich bald fertig, oder? Von der Außenwand. Von der Außenwand. Wir reden jetzt hier nicht von Boden, sondern sonst irgendwas. Aber dann haben wir designtechnisch schon mal auf jeden Fall die Grundsätze gesetzt, gelegt. Wie das Haus später mal aussehen soll. So, so. Und da kommen jetzt noch die Steine drauf. Und es wird nämlich eindeutig massiv... Ah, warte mal. Jetzt sind wir hier um die Ecke gekommen. Oh nein, es wird schon dunkel. Es soll noch nicht dunkel werden. So, Stein, Stein, Stein. Wie bei mir auch gerade passend die Musik umgeschwungen ist. Auf so eine ganz langsame Schlafensmusik. Ist ja krass. Ding. Ding. So ein schönes Glockenspielchen. So, und dann hätten wir die Ebene als komplett Stein. Ich war bei meinem Karten-Bett ja auch ein bisschen dekadent. Ich hab direkt, ähm... Ohr als, äh... Als, als Bettrahmen benutzt. Achso, warte mal. Wir wollten jetzt wieder Tag machen, oder? Wahrscheinlich. Deswegen bist du jetzt auf einmal in deiner Höhle schon. Ich schieche hier im Bett. Dann haben wir auch wieder unsere 25 Minuten rum. Dann würde ich sagen, dann gehen wir hier ins Bettchen, machen eine kurze Pause. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Äh.